Wir brauchen nicht so viele Netherwarzen. Wir machen die einfach hier hin, würde ich sagen. Wie viele brauchen wir? Wer braucht noch Lohen, diese Viecher? Ich hab sie mir gegeben. Haben wir nicht so schon genug Netherwarzen? Ja, stimmt eigentlich. Wie viele hast du? 12. Wie hässlich die Viecher? Wir würden so ein bisschen Dreck abhaben. Was denn Sextriff hast du bitte? Ich hab noch mal Janina-Craft, da haben die so Gesichter. Ihr seht das so wie Zwiebeln. So, dann haben wir noch Glas. Dann müssen wir warten bis Tag wird und dann holen wir uns Glas. Kann man doch abbauen? Ja genau, Glas abbauen. Wie sieht das hier oben auch so wie ein Penis? Ach gut, kommt mal bitte zu mir. Komm mal bitte runter. Ich hatte doch Glas. Alle bitte mal zu mir kommen. Ja Moment, bin sofort. Fick dich. Schon das zweite Mal, dass mir jemand eine kratscht in der Season. Geht, geht, geht. Oh der Daurus ist ein ganz lieber. Ja. Und auch sweet. Herrlich. Ich glaube es ist Tag, kann das sein? während ich gestorben wäre, wäre mein Netzversatz grabe die Steine bei dem Tee weg das sehen wir doch FIFA war irgendwo gleich aber ich habe an alles gedacht wir hatten aber Glas, oder nicht? ok, also alle Sachen die wir jetzt brauchen sind Gold und Glas Gold ist was wir brauchen einen Gold Block für 3 Potions eine Melone und ein Gold Block gibt es eine Glistering Melon und eine Glistering Melon in eine Ancord Potion ergibt eine Haltwand dann machen wir Kloster und drauf damit die stärker werden aber wir haben wir unten ich mache gleich so eine Braukiste ok wir haben gleich 2 Stunden wie lange noch? eine Folge haben wir noch so gesehen ja dann machen wir 2 Stunden genau voll oder? ja machen wir sagst ja Bescheid wenn wir das haben wo haben wir das denn? ich stecke meinen Speicher ab mein Speicher sagt noch genug 80 GB noch ich habe auch noch 73 sehe ich gerade ich habe noch ca. ein Terabyte ich habe noch 2 Terabyte ah die Fresse Mann ah ja ich gehe mal in eine Mine aber wir sollten mal eine neue Mine suchen finde ich wir machen da unten schon alles ich farm da unten weiter ich hatte eben Glück ich mache da weiter ich weiß nicht was ich machen soll da kommen wir einfach auf wir brauchen jetzt erstmal ganz viel Gold wieder glaube ich und Endermänner farmen da oben die sind fertig aber jetzt in den letzten 15 Minuten brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so große Action der Enderman machen wir nächstes Mal wir müssen noch was aufheben der kommt mit mir eine Wüste suchen gleich ok ich will eine Wüste suchen ich meine auf jeden Fall dass es irgendwo eine Wüste gab schade dass ich Raze Minimap nicht hier drin habe irgendwo gibt es schon eine Wüste wir haben dann zwei können ja währenddessen dann farmen weil wir brauchen auf jeden Fall noch Ressourcen so das brauche ich was brauche ich noch ich habe Schwerliche Essen und alles dabei ich habe sogar Milch dabei brauche ich jetzt hier weiter Milch haben wir jetzt gar nicht mitgenommen müssen wir vergessen ja ich hatte Milch dabei doch ich habe dabei ah ich habe es vergessen und David wahrscheinlich auch oder? für diese Unterstellungen nom 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 komm Diamantos und Goldos sei Glück sei mir heute dieses Tag auf jeden Fall das ist gut jeweils Pizzastücke im Mund stecken ja immer noch was zu spät also gut wo war es einfach nochmal mit der Zunge absuchen ja wo haben wir noch oh guck mal da haben wir noch ein fettes Stückchen durch aber ich würde sagen wir gehen damit äh Wüste suchen ich weiß auch schon wo wir Endermänner fahren könnten das können wir vorher machen bevor wir jetzt in die Wüste gehen komm mal hier hinten mit mhm da ist doch diese fliegende Insel von der ich mal erzählt habe ja auch in der vorletzten Aufnahme also den ersten uh das ist ja die fliegende Insel und darunter sind extrem viele in der männer gewesen wie ich da war mal gleich hinkommen da sind schweine wissen da ich sie da momentan gar nicht viele skelette oder kommt so wie um die ecke der endermänner ich sehe das gar nicht momentan auch eine skelette und zombie ich habe alles auf hohe graf hohe grafikstufe hohe helligkeit aber da kann er nicht reiten gehen wenn wir suchen so gehen wir mal in die richtung wo die planes waren oder also da wo wir wo die spinnen gefarmt haben oder wenn du noch weiß wer das ist ja ich merke mir solche sachen aber sehen auf der rückseite von seinem haus war das ich meine irgendwo wo ich auch sand gefarmt habe ja das sand gefarmt das ist aber so eine grube so ein kleiner sie nicht und ich spiele zu viele minecraft welt momentan stimmen da ich ne hier ist gerade das sind die planes jetzt und links davon dürfte wenn wir jetzt weitergehen da finden wir was neues denke ich oder sind skelette hinten die verbrennen gerade also hier ist auf jeden fall viel sand ja hier ist doch auch ziemlich viel grassandschaft die können man doch theoretisch auch fahren oder nicht können wir auch machen ja und hier eine wüste sein ich schau gerade da hinten fängt wieder so ein normales bio mann also mit bäumen alter da sind überall noch monster da hinten sind kürbisse braucht man kürbisse also nein ja ok da hinten so sechs gold schon wieder immerhin das sind extreme hills wie es aussieht hier na hier fangen die berge wieder an ich schaue mal ob ich da auf den berg raufkomme und dann vielleicht irgendwas in der entfernung sehen kann na ja da hinten ist auf jeden fall wieder wald ne hier ist gebirge sehr sehr viel gebirge hier sind schöne höhlen hier könnte man gold finden in diesem biom hier ist das hier einzige biom wo man auch emeralds finden kann können wir auch noch gucken da brauchen halt auch ein dorf damit die was bringen naja ich habe deswegen bringen die ja nicht so viel selten hat man mal das glück dass sie was bringen so creeper ist tot wenn ich falle gleich wieder irgendwo runter da hinten sind auf jeden fall jede menge berge wie du schon sagtest die andere richtung ist wieder so planes ich finde gar nichts ich gehe noch eben wieder in den plane hast du gesehen wo ich hingegangen bin siehst du mich bis dahin bin ja ich gehe in die richtung da erstmal wenn ich hier runterkomme äh muss ich erstmal hinkommen doch ja immer wenn ich so lange ich zwei blöcke runter springe ist alles gut kannst doch drei runter springen kriegt man auch noch keinen schaden jetzt mal bin ich als zehn runter gesprungen oder so das war ein bisschen zu extrem das stimmt so das muss ich dich erstmal filmen einfach geradeaus bis fällt oh hier ist ein squid in dem see also ich glaube ich sehe dich da hinten ja ich sehe dich also mit kühen hat man extrem viel glück bis jetzt auf jeden fall was denn so eine fliegende insel bei so einem dschungel biome wo bist du bei einem dschungel biome ich bin gerade wüste am suchen ich bin schon irgendwie seit fünf minuten unterwegs habe noch jahre nicht gefunden ich habe eine wüste gefunden ja oh mein gott jetzt bin ich den halben weg gelaufen jetzt bin ich bei so einer schwebenden insel aber er läuft einfach ohne mich also wenn man bescheid sagt nö jetzt ist das so eine fliegende insel mit nichts drauf ja im schneebium oh mein gott so leute das heißt wir können doch mal zurücklaufen ich dachte schon da ist eine dynamite lol hier sind mobs spawner an der oberfläche habe ich nicht wo bist du in der wüste ich bin fast gestorben ja ich nicht so bist du fast gestorben bei der lava war einfach so einfach so aber ich habe einen mobs spawner in die füste ok das sind die gewähren nicht da reingehen ja in diese richtung wo das wo das freie feld war da hinten sehe ich glaube ich auch oder ist das da hinten ja ich komme hier oh gott ich kann gerade nicht abdrücken so jetzt hoffe ich und creeper der will hier in die höhle rein hey bloß so ich bin jetzt ich sehe dich und mir putze ich gerade die welt erstmal noch mal auf der creeper steht leider zwischen mir und diamanten und das finde ich nicht so nicht da sind alle hin bist du ja fick dich creeper fick dich an der oberfläche ich habe beide kisten geplündert und den spawner zerstört waren glaube ich skeletts spawner so was hatte ich auch noch nie so hier ist dann ein brunnen leider keine pyramide wäre besser da hinten fängt doch schon sehr graf an da kann ich auch kisten ne ne die stehen einfach nur so rum die sind so nützlos habt ihr habt ihr so ein dorf befunden wie ne nur ein brunnen ok die kiste die höhle sich bin ich alleine an das ist zu ne das ist besser nicht wer das generell nie in cave ist rein alleine aber 50 fachler niemand die weißes herum direkt in der wüste ja da kann ich mir gleich auch schuhe machen wegen hause gefunden hier hinten fängt sumpf an glaubt dass bei mir fängt hier dschungeln an die wüsten biome ist gleich jetzt zu ende ja ist bei dir noch eine pyramide oder irgendetwas in der art ne ah schade da hinten geht's ja haben wir dann lauf ich gerade nach hause moment ja ich bin auch schon zu hause wo bist du hingelaufen wieder zurück 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 aber hier wird auf jeden fall eine wüste das ist gut aber es wird dunkel so des blutsch es wird uns beeilen ja ich sehe die ganze die ganzen löse rumlaufen pass auf wir sind schon mal und der ender drache und und aus so viel creeper spawn auf einmal erscheint haa haa gut ich sehe dich dahinten auf jeden fall runter ich glaube es ist locker mit auf den vals dann dürften wir bei diesem plane rauskommen Wieso habe ich eigentlich schon wieder Level 13? Wie schnell ging das bitte? Das habe ich glaube ich nur noch die Blazers bekommen Das da rein, das da rein, das da rein Da rein Also 6 jemanden haben jetzt wieder heißt Schuhe für Christian Kann sich doch Schuhe machen Ich hatte ja glaube ich bisher noch keine Schuhe Guck mal der Balken kann fliegen Welcher Balken? Ah ja Ah ja Loll Da ist einfach mal so ein Apfel direkt von mein Gesicht gefallen Habt ihr wenigstens Sand mitgenommen für Glas? Ja ich habe 28 Sand 28 ok Ich habe auch noch voll viel Sand Gut einschmelzen auf jeden Fall Schmelzes Moment Genau da ging es lang Da ging es lang Ich weiß was was lang geht Hier lang Moment ich baue noch eben 2 Sand ab Weil dann habe ich 30 Dann können wir uns genau Gold reicht noch nicht für ein Gold Apfel leider Wenn dann überhaupt kein Gold Apfel Wenn dann Potions Ah ja schon wieder bei der Potion Ja Aber reicht trotzdem nicht Neun brauchen wir jetzt Neun Gold Weil dafür können wir uns dann alle voll hören Ja wir sind ja Abgesehen von dir auch jetzt alle grad noch dabei Ne ich brauche noch einen Gold Apfel Ne ich brauche noch einen Gold Apfel Unverdient Aber ich habe einen Apfel reingelegt in die Kiste No Apple Oh ich fahre jetzt hier runter Ne Ne Wee Nicht hier noch am Ende Scheiße bauen Das macht mein Herz nicht mit Was Herz 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 So, sehr gut, alle Sachen ablegen vielleicht, was ich mache hier dann noch in den Ofen, das Glas, also in die Hand. Ich kann sicher noch schnell Schuh machen sonst. Na stimmt, Schuhe. Ja man, der ist endlich trapt was dran. Ich kann fliegen. Oh Mann. So, Schuh anziehen. So, jetzt fehlt nur noch ein Helm. Jetzt fehlt auch noch ein Helm, ne? Ja. Oh, hört auf damit. Okay. Oh Mann. So. Ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, dann erst mal. Tschüss meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.